Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie wird das Wetter zum Russland-Compry? Ich bin zwar kein Meteorologe, aber hier kommen die Aussichten von heute bis Sonntag. Am heutigen Donnerstag geht es mit einem sonnigen Wetter los, kein Regen in Sicht und mit bis zu 21 Grad Celsius Außentemperatur. Am morgigen Freitag sind hier und da ein paar Wolken zu erkennen und es wird ein bisschen wärmer als Donnerstag, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist immer noch bei Null. Am Samstag soll es noch einmal ein bisschen wärmer werden, zwar mit etwas Wolken, aber immer noch keine Spur von Regen. Am Sonntag wird es dann eventuell ein bisschen regnen, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt dann bei etwa 37%, aber nur am frühen Morgen. Zu Rennbeginn wird es dann trocken bleiben. Da muss sich wohl die Fans von Regenrennen enttäuschen. Wird es bald wieder eine Spa-Auslaufrunde geben? Man kennt das ja von jedem Rennen. Nachdem die Boliden die Zielflagge gesehen haben, fahren sie ein letztes Mal über die Strecke, winken den Fans zu und fahren anschließend in die Boxengasse. Naja, bei jedem Rennen nicht, denn in Belgien werden die Boliden nach Überqueren der Start-Ziellinien nach La Sousse sofort verkehrt herum in die Boxengasse gebeten. Viele von euch denken jetzt sicher, dass das wohl etwas mit den 7 Kilometern zu tun hat, aber sorry, das ist falsch. Das hat Charlie Whiting jetzt erklärt. Das hat was damit zu tun, dass die Promoter vor Jahren Bedenken hatten, dass die Zuschauer nach der letzten Runde bereits auf die Strecke laufen könnten. Daher gab es auch keine Auslaufrunde mehr. Die Fans haben sich in den sozialen Medien darüber geärgert, dass es so etwas in Belgien nicht mehr geben würde, denn selbst in Baku, wo die Strecke über 6 Kilometer lang ist, würden die Fahrer auch noch einmal vorbeifahren. Whiting erklärte, dass dort nicht so viele Zuschauer wären. Er würde mal auf den Promoter zugehen. Was sagt ihr zu den einzelnen Themen? Meinungen wie immer in die Kommentare. Das war es mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.